Herzlich Willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee, heute mit einer nebligen Winterstimmung an einem See. Endlich ist der Winter zurückgekehrt und hat sich sanft wie ein Kleid auf die Erde gelegt. Draußen ist es schön kalt und es schneit immer wieder, leider bleibt nicht sehr viel liegen. Die Flocken sind manchmal zwar groß, aber meistens klein und trotzdem genieße ich jede Minute an der frischen, kalten Winterluft, die so erquickend, so belebend einen durchströmt. Beim Malen träume ich mich auch ein bisschen weg in die Berglandschaft an einem See mit Ausblick auf einen sehr klaren Himmel, mit einer Bergsilhouette und sich spiegelnde Nadelbäume im Wasser. Wir beginnen in der oberen Hälfte des Blattes mit einem Kobalt-Türkis, von oben ein Ultramarin-Blau und verblenden die beiden Farben in der Mitte. Der Himmel soll nicht zu intensiv, nicht zu dunkel werden. Es soll Licht im Himmel sichtbar bleiben. Mit einem Aquarell-Naturschwamm, den ihr anfeuchtet, der aber nicht tropfnass ist, sondern recht trocken, nehmt ihr jetzt ein helles Gelb und ein goldenes Gelb auf und tupft in den Himmel von rechts oben in den Himmel hinein. Ihr könnt dann mit einem hellen Zinnober noch dazugehen und die Wolken auf der oberen Seite mit Peinesgrau-Bläulich abdunkeln. Weil das Ganze nass in nass ist, werden die Wolken duftig leicht, wattig weich und von unten hellen wir sie noch ein bisschen auf, indem wir einfach mit einem weissen Taschentuch, einem sauberen Taschentuch, weisse Stellen wegtupfen. Jetzt ist alles noch nass in nass und die Farbe lässt sich einfach lösen durch Tupfen. Anschließend holen wir ein Ultramarin-Blau, gemischt mit ein bisschen Kobalt-Türkis. Wir verwenden einen mittleren Detailpinsel, einen Cosmo Top Spin Nummer 4 von DaVinci und tragen es recht trocken auf. Diese Technik heisst trocken auf trocken. Also weder der Untergrund ist noch nass, den habe ich nämlich zwischendrin trocknen lassen, noch ist die Farbe sehr feucht. Also es ist nicht massenhaft Farbe am Pinsel, sondern der Pinsel ist relativ trocken und ich kann ihn quer über das Blatt ziehen, sodass nur so kleine Bereiche die Farbe aufnehmen können, weil das Blatt ja eben rau ist. Wenn ich ein ganz glattes Blatt hätte, würde diese Technik nicht funktionieren. Diese Technik funktioniert besser, je rauer das Blatt ist, je rauer dieser Untergrund überhaupt ist. Nun kann ich mit dem Ellastieb das Ganze nach unten in demselben Farbton nach unten verblendern, als wären da vielleicht entfernte Bäume am Himmel, Entschuldigung, am Berg, an der Bergflanke und kann dann von rechts eine Nebelbank vor diesen Wald ziehen, indem ich einfach mit einem sauberen Taschentuch die Farbe wieder weg tupfe. Mit dem Radierpinsel, Schrubberpinsel, kann ich jetzt weiß aus dem Bild waschen, sodass Schneefelder, recht leuchtende Schneefelder entstehen am Berg, an der Bergflanke. Ja, und anschließend hole ich ein Peinesgrau-Bläulich und male Nadelbäume auf der rechten Seite. Es sieht fast so aus, als würde ich sie in die Luft malen, aber natürlich entsteht hier ein höherer Hügel, der weiter vorne ist als der Berg im Hintergrund. Also diese Silhouetten von Bäumen, also diese dunklen Bäume an diesem hellen Himmel, die lassen eine Waldgruppe entstehen, die weiter bei mir ist, näher bei mir als der Berg im Hintergrund. Ja, die Technik für diese Nadelbäume, die habe ich euch im letzten Video gezeigt, die werde ich oben rechts einblendern, dass ihr sie ganz genau anschauen könnt. Die ist ganz einfach mit dem Elastip, also wirklich kinderleicht und auch das Verblenden, Übergänge von Farben, alles das ist gut machbar mit diesem Pinsel. Und ja, das seht ihr wie gesagt in diesem vorangegangenen Video. Hier jetzt nach links hinüber lasse ich die Bäume kleiner werden, links wieder ein bisschen höher den Hügel ziehen, so dass der Berg gut sichtbar bleibt in der Mitte, als wäre dort ein kleines Tal, wo man wie gesagt diesen Berg sieht und dahinter, also hinter dem Wald, vor dem Berg sogar noch diese Nebelbank. Nach unten verblende ich das Ganze und tupfe dann Nebel hinein in dieses Verblendete, also tupfe die Farbe wieder ein bisschen weg, nicht ganz, so dass wirklich Nebel stehen bleibt, aber dass doch einiges hinuntergezogen ist und der Nebel ein bisschen schattiert ist. Von unten mache ich genau das Gegenteil, die Spiegelung sozusagen des Himmels, in der Mitte ein bisschen Kobalt-Türkis nach den Ecken und der Seite unten immer dunkleres Ultramarin-Blau und von der rechten unteren Ecke lasse ich in denselben Farben, wie ich vorher die Wolken getupft habe, die Wolken sich im Wasser spiegeln, genauso wie sie am Himmel stehen oder beziehungsweise ähnlich in den ähnlichen Farben und dann natürlich auch nass in nass male ich die Spiegelungen der Nadelbäume, die da am Hügel stehen, die ziehe ich unten ins Wasser hinein. Alles nass in nass, dass es ein bisschen zerrinnt, verwischt und man sieht, aha, da unten ist Wasser, das ist ein See. Auch den Berg deute ich ein bisschen an, dazu verwende ich den Cosmotop Spin Nummer 4 von Da Vinci, genauso wie vorher beim Berg, auch unten bei der Spiegelung, tupfe mit einem Taschentuch die Schneefelder auch im Wasser ein bisschen heller und kann dann zum Nebel übergehen. Zuerst auch, jetzt wo es noch nass ist, mit dem Taschentuch ein bisschen Übergänge tupfen, um nachher, wenn wir es trocknen gelassen haben, dann wirklich noch Nebel hineinzuwaschen. Das kommt gleich. Hier jetzt konkretisiere ich einzelne Nadelbäume, jetzt ist es nicht mehr ganz so schwimmend nass und ich kann ein paar Bäume konkretisieren, sodass sie wie in klarerem Wasser stehen, gespiegelt werden. Wenn ich dann zufrieden bin mit den Bäumen, mit den konkreteren Bäumen, ein bisschen abgedunkelteren Bäumen, dann kann ich den Pinsel auswaschen und mit den vordersten Pinselhärchen fahre ich quer, also ich feuchte nur mit den vordersten überstehenden Pinselhärchen diese Oberfläche ein bisschen an. Es ist, als würde ich sie ein bisschen zerschneiden, aber es ist einfach diese, die Wassernuance, die jetzt das Wasser überhaupt ausmacht, die man, durch die man erkennen kann, aha, da ist Wasser, die male ich jetzt ins Bild mit klarem Wasser und dem Elastip. Dann lasse ich alles trocknen und nehme anschließend meinen Aquarellschwamm, um Nebelschwaden nach oben und nach unten zu ziehen, dass dieser Übergang von Land und Wasser, dass man sieht, aus dem Wasser steigt Nebel, steigt Dunst auf. Im Wasser selber mache ich noch einzelne helle Stellen mit dem Schrubberpinsel. Ich kann, wenn ich das möchte, auch mit einem Bastelskalpell noch ganz helle Stellen hineinkratzen, wenn ich das will. Mit einem Cosmotopspin Nummer 1 male ich jetzt Vögel an den Himmel in einer Mischung aus Ultramarinblau und Peinesgrau-Bläulich, als würden sie da in diesem V-Tal von hinten nach vorne fliegen. Vielleicht kommen sie zum See und freuen sich auf ein Bad. Und schon sind wir fertig mit unserem Technik-Nebel-Wald-Berg-Bild. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Vergesst den Like nicht oder meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr weitere Videos von mir bekommen möchtet, dann drückt die Glocke. Herzlichen Dank und bis bald. Alles Gute. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020